Hallo grüß euch, heute habe ich ein ganz schnelles Tutorial und zwar wieder mal für ein paar Indexkarten, also Karteikarten. Diese Challenge läuft ja gerade, ich glaube auf Instagram. Ich mache da nicht mit, aber ich mache eigentlich diese Kärtchen recht gern, so von Zeit zu Zeit. Ich starte hier, indem ich diese Karten ansprühe mit Wasser, und zwar damit sie die nicht umbiegen. Also da macht es Sinn, Vorder- und Rückseite feucht zu machen. Und dann werde ich die ganze Geschichte mit den Brush-O-Pulvern ein bisschen kolorieren. Ich habe mir hier verschiedene Indexkarten hergenommen, und zwar punktierte, alinierte und akarierte. Einfach, weil ich es da habe, also völlig egal. Und ich verwende hier die Brush-O's in Orange, Prussian Blue, also Preußisch Blau und Emerald Grün. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel von den Brush-O's, weil es reicht oft weniger. Die sind hier getrocknet, und jetzt verwende ich ein weißes Gesso, und zwar einen schweren Gesso. Das heißt, der ist ein bisschen dickflüssiger und auch ein bisschen deckender, zusammen mit einer Schablone, und tupft da so ein bisschen mit einem Schwamm das Muster auf die Karten. Ihr gebt da nicht zu viel von der Farbe auf den Schwamm, damit möglichst wenig davon unter die Schablone läuft, und die Kreuze noch gut zum Erkennen sind. Das Ganze habe ich wieder trocknen lassen, und ich stemple jetzt ein bisschen was im Hintergrund. Ich versuche da Farben zu verwenden, die sowieso schon drauf sind, also was ein bisschen in die Richtung Orange geht. Das ist Rusty Braun von Stays On. Ich werde außerdem nur von Stays On verwenden, das Midnight Blue. Das ist eben so dunkelblau, das passt hier recht gut dazu. Und ich verwende da Motive von unseren Mixed Up 5 und 6 Stempelsätze. Ich verlinke euch wie immer unten in der Videobeschreibung alle Produkte, die ich verwendet habe. Vielen Dank. ich wollte hier diesen harlequin stempel auch hernehmen aber eben nicht so dass da total viel davon auf die karte kommt sondern nur so paar bereiche im hintergrund und dazu lege ich den stempel auf meine unterlage und betupfe den mit stempeltinte und dann drücke nur die karte ganz vorsichtig an kleinen stellen auf diesen stempel drauf und so kriege einfach wenig von dieser textur im hintergrund hier verwende ich übrigens glaube emerald teal oder auch emerald green von stayzone ja ihr wisst wahrscheinlich dass sie gern farbspritzer auf meine projekte gibt und heute mal kein weiß was ja eigentlich häufig der fall ist sondern ich habe mir dafür so metallic acryltinte entschieden kommen natürlich auch aquarellfarben verwenden und dann nehme ich von liquidex das kupfer metallic ich habe mir jetzt aus einer anderen index karte die habe ich nur so rumliegen gehabt die war auch mit brush shows koloriert und die habe ich einfach noch nicht hergenommen habe ich mir solche tabs ausgestanzt und die drücke ich da so auf diesen stempel drauf hauptsächlich damit die nummer dann auf den tabs zum sehen ist und die möchte ich dann oben an meine index karten hinkleben ich finde das ist eine ganz nette geschichte wenn da oben noch so was dran ist das macht es ein bisschen besonderer und interessanter diese tabs klebe ich ganz einfach mit dem klebestick an die kärtchen ja dann brauche ich noch ein hauptmotiv ich habe mir hier schon drei blätter motive gestempelt mit unserem collage liefs stempel set und habe mir die ausgeschnitten ich habe dafür wahrscheinlich was auf ein klär verwendet und zwar mit aquarell oder mixed media papier das weiß ich jetzt nicht mehr vielleicht was mixed media papier es ist ein bisschen dünner wie es aquarell papier von kentzen und dadurch lässt sich leichter ausschneiden und ihr habt schon gesagt ich habe wasser drauf gesprüht und streue da so wie ein gewürz ein paar von diesen brusher pulvern rein da muss man wirklich mit wenig arbeiten ich bin da also kandidat ich verwende oft viel zu viel aber wenig klangt hier wirklich völlig und ich verwende hier nochmal das orange und das emerald grün und dann klebe ich diese motive einfach nur noch auf die kärtchen auf und das war es eigentlich auch schon ihr seht hier die fertigen karten mehr habe ich nicht gemacht und ich finde die sind eigentlich ganz nett geworden wir haben natürlich einen blog post zu dem ganzen wo noch mal alles genau steht und wo es ja auch die fotos findet des kommt auch unten wie immer in die video beschreibung rein ja noch für dass euch dieses kurze video auch gefallen hat und mir uns nächstes mal wiedersehen für dich und ja wir haben dafür wir haben wir Untertitelung des ZDF, 2020